Meine Lieben, es wird geben einen Avocado-Gurkensalat mit Lachs. Eine frische Gurke. Mit Schale in ein Tuch reiben und das Tuch über einem Waschbecken ausdrücken. Was für ein schönes Lachsteil. Mehr Salz mit Vanille. Packt diesen Lachs und wendet den auf einer Seite in schwarzem Sesam. Und jetzt gemütlich hier rein. Oben drauf auch noch ein bisschen Salz. Und das war's. Jetzt ein Avocado. Zack, hier alles reinschneiden. Und jetzt kann man die hier so vorsichtig abziehen. Kleinschneiden. Ein paar Chili. Koriander. Wasabi. Etwas Mango-Chutney. Dann ein Schlückchen Essig. Das ist elementar. Und eine Prise Salz noch dazu. Und ein bisschen aufrühren. Dann kommen die Avocado rein, die Chili rein, der Koriander und die Gurke. Gurkensalat mit Avocado und Wasabi. Schön in den Ring. Einmal wenden und fertig. Mehr brauchen wir nicht. Ein bisschen Butter. Etwas Creme Fraiche. Kurkuma. Essig. Achtung, Fokus. Three to one. Hensens schwarzer Pfeffer. Meine Lieben, bitte kommentieren, schreibt was dazu. Wir geben uns hier so viel Mühe. Gute Zeit.